Hallo, kommt herein, liebe als Abonnenten, auf meine Playlist und schaut euch die neue Folge hier an. Liebe Freunde des schwarzen Humors und der Schadenfreude, ich habe eine phänomenale Idee. Wenn ihr mir Familien erstellt, werde ich etwas noch viel besseres machen. Anstatt nur eine oder zwei einzeln zu lassen, sondern ich werde jede einzeln lassen. Und wenn wir dann genug haben, dann überlegen wir mal, was wir mit dem machen und dann losen wir aus. Das mache ich dann direkt im Video danach, welche Familie zum Beispiel ein Froschkopf kriegen soll. Die komplette Familie natürlich. Oder Schlimmeres. Ja, das ist meine neue Idee. Hm, jetzt fehlen nur noch die passenden Familien dazu. Noch haben sich ja noch nicht viele gemeldet in irgendeiner Hinsicht. Bis auf ein paar Aufrufe. Aber ich freue mich im Moment über jeden Aufruf, das ist super. Okay, was haben wir denn hier als erstes? Es sieht ganz aus, als hättest du deine Rechnung nicht bezahlt. Bald wird der Gerichtsvollzieher kommen. Ach ja. Ich meine, wir brauchen doch sowieso hier wieder Platz. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Wir ignorieren das einfach und freuen uns dann über den Gerichtsvollzieher, den wir dann ja versuchen wollten zu verzaubern oder sonstiges. Und der hat es irgendwie mit Vampiren, der will schon wieder mit einem kämpfen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal rausgelöscht. Naja, das kriegen wir schon irgendwie provoziert. Warum geht die Tür einfach auf? Okay. Einfach etwas früher. Der geht's gut. Speck nach Kühlschrank. Ja, alles billig. Aber sie könnte euch mal ein paar Elixiere herstellen. Warum geht denn hier mal wieder gar nichts? Das verstehe ich nicht. Oh. Oh. Der Gerichtsvollzieher. Okay. Jetzt irgendwie ganz schnell. Was macht er? Er pennt noch. Er pennt noch. Ach, verflucht. Okay. Hey, wir können gar nichts machen. Jetzt wissen wir Bescheid. Aber vielleicht können wir ihm einen vergifteten Apfel schenken. Und das werden wir jetzt auch tun. Oh, nö. Nee, oder? Die ganz große... Oh. Der nimmt sich aber ganz schön viel. Ah, nee. Schade. Man kann gar nichts machen. Du kriegst gleich auf die Fresse, Junge. Witzig cool, oder was? Ey. Diese Sau. Legt sich auch noch einfach so hin. Wieder. Wieso will der ein Mittler werden? Der kann auch nichts machen. Mann, Mann. Lass Plasma-Orangen-Saft zubereiten. Nein. Komm aus den Federn, Junge. Grrrr. Oh, Mann. Ich kann nichts machen. Trace and Beard. Und ich glaube, wir müssen ihn mal zu uns einladen. Und dann... Hahaha. Krempel weggenommen. Wegen Pfändung. Ja. Schöne Scheiße. Man kann nicht mal dagegen angehen. Das wäre jetzt lustig. Und jetzt, wo er wach ist... Geht auch nichts. Nee. Uah. Also, das können wir natürlich nicht so im Raum stehen lassen. Diesen Jason Beard, den müssen wir mal einladen. Keine Schreibfläche verfügbar. Oh. Schlecht. Wir können nicht mein Liebesbrief... Liebesbrief schreiben. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Boden hätten, der glatt ist oder so. Oder wir einfach mal eine Teller abräumen könnten. Das ist doch mal eine echte Maßnahme. Ah ja. Und wir haben das Sommerfest. Oh toll. Zum Sommerfest werden unsere Sachen gespendet. Da kommt Freude auf. Ah, sein Nummernschild kennen wir jetzt auch schon. Haben die Sims-Autos überhaupt ein Nummernschild? Ist er das noch? Tatsächlich. Tatsächlich. Er kommt mit dem Dienstwagen und haut mit der eigenen Karre wieder ab? Nur meinstchild können wir ja trotzdem gucken. Ja, tatsächlich. Sie haben eins. Er ist natürlich mal wieder nicht entzifferbar. Ja, jetzt haben wir Spaß. Der freut sich am Unglück anderer. So soll das dein gemeintes Konos sein. Machen wir über den Fortschritt berichten. Er hat ja eh nichts zu tun. Und sie sitzt am Pool. Ein übernatürliches Wes... Reicht das nicht, wenn man zwei Geschwister hat, die übernatürlich sind? Ja, und... Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder sehen, das war unser Kram. Das war wieder ein Krempel bekommen. So, wie war das? Unterhaltung... Fähigkeiten. Mal gucken, ob das so klappt. Und sie könnte dann ja schon nochmal... Neue Sachen einkaufen. Über Fortschritt berichten. Es lobt. Nein, du gehst jetzt nicht schwimmen. Wir müssen noch ein bisschen schweibenden. Aber warum ist er denn nicht mehr so gut mit dem? Mal plaudern. Und... ...plaudern. Und wer ist das? Irgendeiner, kenne ich nicht. Johanna King. Mit der müssen wir auch plaudern. Aber die will nicht. Jason Beard, du bist dran. Im Ozean schwimmen. Hm. Sie ist eingekommen. Sehr guuuuut. Okay, was für ein Scheiß-Grabbel hast du heute hier zu verkaufen? Der ist immer so alt und gebraucht. Hast du auch ein gebrauchtes Kompucken? Hm. Wahrscheinlich noch von einem eigenen Freund. Okay. Staub, Eilraubenwurzel. Immer rein damit. Dummdi-dum-di-dum. Rote Gefilte sind sowieso immer gut. Bienenwachs. Yeah. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon vermisst ein bisschen. Abgefilte sind Butter. Nö. Nö. So. Ab nach Hause. Und da schön. Ein bisschen Tränke brauen. Für unsere Party. Denn ich habe ja gesagt, wir wollen eine Party machen lassen. Die, ähm, ja, wo wir unsere Gäste alles, alle ein wenig verschaukeln. Äh, 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 äh. Deine musikalischen Fähigkeiten sind echt der Hit. Sind sie? Drei. Na, so langsam kommt das tatsächlich. Der Theaterbesitzer ist wirklich beeindruckt von deinem Talent und freut sich schon darauf zu sehen, wie du deine neue Komposition, ähm, äh, neue Komposition, Komposition, Interpretierst. Interpretierst. Oh mein Gott, ich habe heute aber auch Probleme. Oh, gar nicht auf die Ohr geschaut. Wie lange wir jetzt schon zocken? Aber es ist ja leicht auszurechnen. Ich habe, ich habe es ja nebenbei, ähm, auf dem zweiten Bildschirm stehen. Das ist ganz interessant. Also, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich zwei Stunden auflege, äh, mh, ach mein, von was rede ich jetzt eigentlich? Äh, ich meine, ähm, aufnehme, ähm, dann habe ich gleich 200 GB voll und die ich dann halt konvertiere. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich noch irgendwie, welches Programm hätte, die, den Sound etwas, ähm, runterstellen. Also, die Qualität, ich glaube, die ist beim Konvertieren auf 192 m, 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 m Hertz oder so. Oder M-Bit. Ja, das war die Bitrate, genau. Und, ähm, das nimmt dann anscheinend schon einiges mehr weg, als wenn man nur mit 128, ähm, aufnimmt oder konvertiert. Ich habe es aber halt gemacht. Ich habe es aber halt gelassen, um, äh, ja, damit sich das nicht so schlecht anhört. Man, dass ich weiß nicht, ob man mich lauthören will oder so, aber ich bin ja ein Freund, ähm, der guten Qualität, hatten wir hoffentlich von Anfang an gemerkt, auch wenn ich mit zwei Fehlern in, ähm, in der ersten Folge angefangen habe. Tja, Min hat das Rezept für Heil-Elixier gelernt, braucht keiner. So, mal gucken, ob du was schönes mischen kannst, müsch, müsch. Oh, was fehlt uns dazu noch? Honig fehlt noch. Ach, achso, wir haben nur Bienenwachs. Glas voll Misstrakt, den können wir nochmal herstellen. Was haben wir denn noch schon? Übelkeit, da fehlt uns so ein Flattermann. So viel ist das noch nicht. Wir müssen dann auch ganz schön was lernen. Wie, wie haben wir denn überhaupt jetzt? Gucken wir. Misstrakt haben wir einmal. Fläschchen voll Schlaf. Und zwei Tränke, damit kommen wir noch nicht weit. Mondstein, Edelstoff, oh, wie ist das denn? Dieser hübsche Stein zeigt, weder die Mondphase noch verfügt er über die Fähigkeiten des echten Mondes, Werwürfe zum Heulen zu bringen. Er ist nur ein gewöhnlicher Stein, der denselben Namen trägt wie der große, gransvolle Mond, den wir alle kennen und lieben. Wer hört eigentlich so grausige Musik? Der hat sich doch wieder eine Plasmafrucht genommen, oder? Na gut, Vampire kommen eh noch nicht raus. Wir können ihn ja langsam aber darauf vorbereiten. Nach zwei Stunden, dann ist es auch schon wieder Nacht. Dann geht er noch ein bisschen pennen, bis es dann wirklich Nacht ist. Und Skonoth zieht es im Moment andauernd zum Pool. Man erzählt sich in der Stadt, dass bei Edward Cranston etwas gepfändelt wurde. Tja, Leute, damit müsst ihr jetzt echt leben. Also, Superstar, habe ich genug Erfahrung. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht mit durchkommen, wenn wir dagegen klagen. Oh, wir haben das Stadtfest ganz vergessen. Lernen wir mal ein paar neue Leute kennen. Ein Fläschchen voll Misstrakt. Nein. Du bleibst zu Hause und lernst. Äh, nein. Recherchieren, 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 recherchieren. Gewinnst Skonoth als Freund. Und, oh, Mann, Mann, Mann. Der ist aber schon wieder böse hier. Einmal als Freund gewinnend, dann wird er gemein sein. Und gemein zu Bianca sein. Der hat aber wieder miese Laune. Verstehe ich nicht. Mann. Heul nicht so rum. Damit hast du sowieso noch nie gearbeitet. So, ist denn wer beim Stadtfest? Oder ist das erst... Ne, das ist heute. Bis 18.30. Oh, ne, Quatsch. Die Arbeit. Das könnte da eigentlich auch mal stehen. Irgendwo... Irgendwo stand mal... Wenn man kommt, dann kommt immer die Nachricht, ja, auf bis 19... Bis 21 oder was, äh, Stadtfest. Und dann ist Schluss. Aber... Das Spiel verrät es uns sonst nicht. Oh, da sind ja ein paar. Wen haben wir denn da? Bust Around. Matthias Matt und Alexi Fresco. Den kennen wir schon. Frauen... Hm... Frauen... Springen wir die Frauen... So kann er natürlich nicht schlafen. So, mal wieder sehr intelligent von mir. Aber auch macht dieser Teupe es auch nicht einfach selber aus. Mal ganz im Ernst. Manchmal können sie etwas selbstständiger sein. Bildung. Ne. Du bist Archimistin. Zur Mirifizierung. Yeah. Ich denke, damit werden wir richtig viel Spaß haben. Oh, das wird gut. Level 4. Gut. Stopp mal. Der sieht so aus, als... Ähm... Als hat er nicht so viel Glück im Leben. Da können wir noch ein bisschen nachhelfen. Oder ne, warte mal. Wir müssen ja freundlich zu dem sein, ne? Sonst können wir dem kein Geschenk geben. Oder wenn man einen einfach... Ich frage mich, ob ihn jemanden nimmt. Und... Sauerwirken. Sauerwirken. Ich finde dich heiß. Oh man. Irgendwas macht man mit dem irgendwie falsch. So. Freundlich. Ich will dir ein Geschenk geben. Lassen mich dich ein Geschenk geben. Böööööö. Lässt er noch nicht. Gugan, wo ist Gugan? Sein Chef ist in der Nähe. Achso, Telefon. Was hat er denn? Gugan, aber nur kurz. Vielleicht finden auch einfach Skunners alle heiß, weil der so eine irre Hautfarbe hat. Bin mir sicher, wird einem schon etwas komisch. Oh cool, ich will einen Knaller zünden. Zünd ruhig den Knaller. Ja, los. Genug. Ein Knaller anzünden, ja. Zünd ihn. Es ist Nacht, wir können Edward rausholen. Vampirischer Sonnenschutz, oh, das könnte ja praktisch sein für Edward. Ja, wie jetzt? Ah, sieht man auch was? Hm. Zünd nochmal ein. Das haben wir jetzt alle nicht gesehen. Was ist jetzt doch hier? Nicht blöd. Also ich seh das irgendwie nicht. Na los. Da! Boah. Hammer geil. Habt ihr jetzt auch verschiedene drin sind? Der ist schon wieder mies gelaunt. Nee. So mieser Peter. Hiiii. Wow. Wird ja richtig chillig hier. Wollen wir noch einen? Ja, tolles Stadtfest übrigens. Hier ist so gar nichts los. Aber du kannst trotzdem mal hierher kommen. Oh, ich hab wen lachen gehört. Nee, Basta klingt zu... Wäre zu... Männlich. Die da bestimmt. Drusilla-Ring. Ja, die sieht ja auch aus wie ein Ring. Ups. Und? Jetzt haben wir's verpasst. Äh, das geht ja immer gar nicht. Komm da runter. Das ist was für Weiber. Ach, nö. Jetzt darf ich die nicht mehr benutzen, weil's nach 21 Uhr ist? Genau das meine ich. Schlimm. Hm. Ja, er wird langsam müde. Wo ist denn diese Dingens? Hallo, ich will doch nur ein paar Freunde. Ich brauch zwar keine, aber... Ich hab da so meine Spaß im Späßchen mit. Blas, Blas, Nazgû, Neneb! Hi, hast du Lust auf die Party? Wir feiern bald eine. Musst dir da unbedingt hinkommen. Da kommen auch Vampiro und so. Das ist eine exklusive Party für... Nur für Übernatürliche. Und ich finde dich übernatürlich hübsch. Guck mal, kann der eigentlich flirten? Bis jetzt nicht. Der braucht ewig, bis er mal hier an... Sag bloß nicht. Er geht. Oh mein Gott. Das Stadtfest eh vorbei ist. Gucken wir mal, was wir zum Süppeln finden. Wurrblah! Wurrblah! Was macht unsere möchtigen Hexe? Schwimmen. Immer schwimmen. Du kannst hier immer mal was zu futtern schnappen. Dosensuppe. Wie freaky. Das passt auch irgendwie gerade zu der Sonnenbrille. Die sieht gerade total doof aus. Schätz mal, hier kommt niemand. Also der Vampir war es heute out. Okay, duschen haben wir so geschickt. Und noch ein bisschen recherchieren können wir. Werden wir schon mal frei haben. Wieso ist er noch unterwegs? Wie kommt denn darauf, dass da nichts los ist? Und er fällt schon wieder Rollschuh. Ich will nicht... Ja, selber schuld. Das hast du dir selber zuzuschreiben.